Sag ihm, ich bin auf dem Weg. Du kommst zu spät. Die Hölle wird auf Erden sein. Die Hölle ist schon lange auf Erden. Er brach aus der Hölle aus. Um die Dinge in Ordnung zu bringen. Er war ein guter Vater. Du bist an die falschen Leute geraten. Jetzt hat er eine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Diese Sekte hat meine Tochter getötet. Und ihr Baby entführt. Ich hole es mir zurück. Ich dachte, du wärst tot. Du hast gehofft, ich wäre tot. Doch die rechte Hand des Teufels will ihn zurückholen. Ich suche jemanden. 1,86 zornig eine gewisse Ausstrahlung. Wenn sie mir nicht sagen, was ich wissen will. Das geht Hölle Scheiß ab. Nur damit du Bescheid weißt, ich nehme keine Tramper mit. Ich hatte meinen Daumen nicht hoch. Oh yeah. Uns steht ein Kampf bevor. Der Kleine ist alles, was ich noch habe. Mein ganzes Leben bestand nur aus Warten. Jetzt hat es einen Sinn. Ich bleibe bei dir bis zum Ende. Oh yeah. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich werde dich töten. Bis es so weit ist, mache ich dich fertig. Was ist denn das für eine Knarre? Glaubst du, da ist jemand drin? Dich werde ich erst wiedersehen, wenn du 73 bist. Und dich in drei Monaten. Was zur Hölle soll das bedeuten? Drive Angry. Teuflisch gut in 3D. Ich möchte nicht in deine Haut stecken, wenn Satan das erfährt. Was kann er schon machen? Mich nicht wieder reinlassen?